Hallo, liebe Vannys. Das wird ein trauriger Post. Wir haben nach zwei Wochen Vanlife gemerkt, dass das zusammen nicht geht. Und wir werden deshalb den Rest unseres Jahres getrennt im Van verbringen. Also, als Freunde. Was? Nee, nee, nee. Ich wollte eigentlich alleine weiterreisen. Hä? Also, das war nicht die Abmachung. Was für eine Abmachung? Ach so, der Van gehört mehr mir. Ja, aber ich fahr ihn viel besser. Ey, ich hab 60% wieder nicht. Ja, okay, und wer hat die Felgen organisiert? Sorry, Leute, da seht ihr mal wieder. Kommunikation ist einfach alles. Auch in schweren Zeiten. Ja, es gibt halt noch einige Dinge, die wir besprechen müssen. Ja, wie immer. Aber ja, wir wollten einfach mal halt ehrlich auch diese Seite zeigen. Ja. Ja, es ist sicher nicht das letzte Mal, dass ihr von uns gehört habt. Ja, vielleicht aber schon. Okay. Bye. Ey, ist das dann jetzt? Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr kennen. Ich kann das nicht mehr kennen.. Ich würde tippen,